Ich bin fündig geworden, habe der Julia auch eine Kleinigkeit besorgt, ich sage natürlich jetzt noch nicht was es ist, könnte ja sein, dass sie zufällig vorher das Video schaut, das wäre natürlich schön, wenn sie die Videos guckt, aber blöd, wenn sie es vorher schon sehen würde. Jetzt versuche ich mal mein Glück und latsche mal den Weg zurück, also ich habe jetzt nicht schon wieder Bock mich in den Bus zu setzen, schon die ganze Zeit saß, gehe jetzt hier einfach mal ein bisschen durch Graz, muss dabei aber trotzdem auf die Uhr gucken, weil ich mit den weiteren Mitbewohnern abgequatscht habe, dass ich halt auch zeitig dann zu Hause bin, dass die mich reinlassen, werde aber dann doch nochmal dann auf jeden Fall ausi gehen, wenn ich schon mal in Graz bin, warum soll ich dann früh ins Bett, dann bin ich morgen früh fit für die Zugfahrt, finde den Fehler, nein, also ich werde natürlich heute wieder ein bisschen länger machen und dann kann ich ja noch im Zug schlafen, so sieht sie mir aus, jo, also ich verwusel mir jetzt erstmal den Weg zurück zur der Mädels-WG und dann ziehe ich mein wunderschönes weißes Hemd aus, ja, ich weiß, aber man kann auch nicht immer Hemd tragen, jo, und dann werde ich auf jeden Fall noch auf den Pilz, also, Rhyno!